lost alpha meine erste stalker mod die ich gespielt habe es ist halb eins das bedeutet wir gehen in den norden des cordons schauen ja bei diesem versteck vorbei anomales material und dann gehen wir zum sinnhaus wo glaube ich sehr sehr viele nicht anomalien waren ratten ratten oder ähnliches und hier ist auch auf jeden fall ein versteck hier vorne ist auch noch eine anomalie und da hinten ist auch noch mal irgendetwas interessantes hier ist das versteck und ich habe auch gesehen weil ich ja in der letzten session in der letzten folge okay hatte ich mich also doch nicht getäuscht weil ich in der letzten folge gesehen habe dass es hier rpg skill punkte gibt die sollen richtig gut sein man kann da mehr zeug mitnehmen was war es noch schneller sich heilen weniger ich hier ungenauigkeit haben also gibt echt viele gute punkte und ich freue mich auf jeden fall weil das das spiel noch ein bisschen individueller macht und auch ein bisschen belohnender und um belohnung zu finden muss man natürlich mit seinem mit sein detektor rumlaufen um auch ein paar artefakte zu finden ich frage mich wie hier der speedrun aussieht man den hier auch einfach in den in den norden der zone machen kann wie ich hier lang laufe ja wir müssen ja jetzt erstmal hier im bahndamm vorbei vor allem an den wildschweinen hier ist wieder sehr sehr viel vegetation ein bisschen zu viel aber es sieht schon recht atmosphärisch aus wie man sich es auch normal vorstellen könnte ich habe das gefühl dass sich hier oben etwas vor unseren augen versteckt aber nein dieser fall besteht nicht ich glaube diese folge wird die folge sein wo wir im norden alles machen und dann können wir uns überlegen ob man noch eine extra folge machen nur mit neben zeugs wie die militärs das gebäude da hinten diese bunkeranlagen oder 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 das ist also der elektrotunnel wir probieren uns mal hier oben auf dem bahndamm gut wenn ich jetzt schon so eingeschüchtert werde von der anomalie dann gehen wir natürlich oben lang hier hinten kommen wir aber nicht durch das richtig sehe hier ist dann auch schon ende gelände im wahrsten sinne des wortes das heißt wir müssen auf dem bahndamm funktioniert das hier ja so ein bisschen bleib ruhig und versuch mit ihnen zu reden da hinten ist doch jemand ja oh gott ich probiere es mal mit ihnen zu reden der militärs sergeant irgendwas kuznetow kuznetow mein freund hoffentlich kommen wir ins gespräch oder müssen wir jetzt erst die zombies erledigen ich gehe noch ein stück ran kuznetow kuznetow hallo war es doch sonst immer so bestechlich aber gut schätze jetzt ist dem nicht so da oben gab es glaube ich ein gutes scharfschützengewehr wenn ich mich recht entsinnen kann okay das heißt wir müssen noch mal auf die rechte seite gott und dann hier wieder rauslaufen wenn zombies erscheinen das sieht ganz sicher aus aber das hier hopse geht die blutung zurück ja die geht so langsam zurück jetzt hier nochmal nach rechts oder ja ach das ist doch so ein verdrecktes labyrinth oh die zombies sind da oh jawoll sieht zwar noch nicht tot aus aber wunderschön warum erinnern die mich immer an an na an wächter wahrscheinlich wegen ihrer roten roten zeugs kann das sein ja die pistole warte mal die pistole ist eigentlich unser schrotflinte ne ich habe auch das gefühl dass die kollegen hier wieder abtanzen werden alter was die dämlichen pappkarton die tür müssen wir uns merken die dämlichen pappkartons wo ist das versteck kofferraum ja oh das ist ein reparatur kit oder reparaturset schönes ding ich weiß nicht was man damit alles reparieren kann aber ich glaube das war ziemlich mächtig und wir werden ja bald neue waffen finden unsere erste ak wahrscheinlich oder viper und jetzt hier in die tür rein tür öffnen oh schön danke skelettos für die lebensmittel und den vodka na der zählt wahrscheinlich in russland oder in der ukraine schon als lebensmittel gut jetzt geht es hier runter oh da kommen wieder gefühle hoch gerade wenn wir zur nächsten barriere hier kommen werden und hier sollte man auch aufpassen hier liegt irgendwo ein schlüssel ein scharlüssel genau hier kommt die barriere ich werde wahrscheinlich mit der schrotflinde ein bisschen rum ballern ah hier ist ein stalker verreckt die letzte barriere fast wie in metro hier sind sogar skat militärs verreckt sehr sehr interessant eine kiste die nehmen wir gerne mit ja genau das habe ich gemeint wir haben noch keine handgranate das heißt wir nehmen die gute alte schrotflinte zielen oh jetzt erwachen noch nicht die zombies aber jetzt hier ist wichtig slow and steady das waren na ich glaube die überleben das noch wunderschön den letzten noch ich habe das Gefühl wir haben sie dann wirklich getötet ja wir haben sie getötet sonst war es so dass sie noch mal rumgefuchtelt haben wie in clear sky das war ja das spiel was das etabliert hat mit den zombies dass sie noch weiter leben können dass sie ein zweites leben haben second life ding sind es cd perk dann geht es jetzt weiter warum ist da ein neutraler typ ist er hier im bunker oh ich glaube ich habe irgendwas gehört ich plane das mal nach das gefällt mir schon für den anfang diese unterirdischen anlagen poltergeister tierlake eine dose mit lebensmitteln schicke sicherungen die können wir alle nicht öffnen der schlüssel lag irgendwo vorn hört doch auf mit dem schruz dämlichen poltergeister hier war irgendwo ein schlüssel aber wir nehmen erstmal die überbleibsel der militärs mit hier oben auf den schränken liegt nichts wir sollten wahrscheinlich erstmal den poltergeister ausschalten jawoll schönes ding hier ist noch einer verreckt ich frage mich ob die überhaupt irgendwelche beute mit sich führen an sich wäre der ja eher ungefähr ja da kommen wir wieder nee da kommen wir zu den stalkern das ist der andere ausgang es gibt hier drei gänge die militärs die stalker und der der tunnel mit den anomalien ich frage mich wer sich hier hinten befindet vielleicht ein sterbender vielleicht auch jemand der hilfe benötigt das ist ziemlich unheimlich aber mir gefällt es dass hier überall wenigstens etwas rumliegt im vergleich zu call of pripjad ist die r.a. wirklich belohnender wenn man einfach mal ein bisschen erkundet unsere taschenlampe wird bald den geist versagen hier oh darauf habe ich wenig lust aber wir müssen reinschauen wir probieren es oh nimble haben wir gefunden wer bist du? warum sitzt du da drin? ich bin noch ein stalker ein poltergeist hat mich eingesperrt okay ich kümmere mich drum lebt denn hier noch jemand? vielleicht der alte holz michel hallo ich bin hier unterirdisch werde gleich zu dem militärs laufen wenn ich so weiter gehe ah es hat also verursacht dass einer gespawnt ist das das war in der normalen l.a. überhaupt nicht so und das erfreut mich dass sie hier ein bisschen was umgemodelt haben wie gesagt es sind locker vier jahre fünf jahre vergangen jawohl frisst das du behindertes monster mit nur zwei extremitäten nimble oh nimble mein freund wie ist es hier wie ist es dir hier drin ergangen erzähl doch mal hattest du schiss ah du hattest eine landkarte die hast du wahrscheinlich studiert nimble mein freund willst du wohl nicht mit mir quatschen aber wir haben den einen auftrag erfüllt indirekt was ist denn jetzt ach ja ok hey grüß dich fühlst du dich schon besser ja das bin ich essen übrig ja das bin ich man sieht sich ja das war ein langweiliger auftrag rette fuchs ach der würde dort unten ja genau das haben wir dann erfüllt qualle und fleischaugen müssen wir noch finden ich würde ganz ganz gerne mal nach artefakten suchen wollen aber das wird ein bisschen knifflig weil ich halt noch nicht weiß gibt es hier im kordon überhaupt artefakte wie gut ist unser prototyp selbstgebauter detektor wir sind direkt unter der straße das ist ein bisschen unheimlich auch so unheimlich wie die fehlende beleuchtung hier unten irgendwie hatte ich ah ne das waren andere labor gegenden mit sehr sehr vielen ratten und man musste dann irgendwie noch das licht halten oder so es war ein bisschen verzwickt ein bisschen knifflig und jetzt wird es ein kleines massaker geben es wird sehr sehr schwer werden jetzt kommen wir nämlich hier zu diesen baracken direkt unter der brücke dort können wir ein paar töten und sind dann direkt bei ihnen in der nähe und in der nähe für meine schrotflinte das klingt doch nach einem plan verdammt das lager ist auf der anderen seite was die tür nein die tür ist verschlossen wie eigentlich auch in der realität da kann man auch nicht mal durch unterirdische ja laboratorien stoßen und alle türen sind offen ne 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 die letzten wissenschaftler und militärsammler natürlich ihr bestes gegeben um alles zu verschließen und ihr meine freunde werdet bald nicht mehr atmen können wenn ich euch jetzt hinrichte dann finde ich hoffentlich ein fleischauge und dann kann ich zu sidorowitsch sagen schau dir mal diesen schönen Sehnerv an oh Gott oh nein ah nein oh oh Gott ja wir haben es ja schnell den verband anlegen das letzte fleischi haut ab da hinten läuft es noch schön gut dann können wir jetzt ein bisschen looten und leveln ich habe gedacht das würde nochmal zurückkommen aber dem ist anscheinend nicht so ich glaube natürlich schön immer mit gedrückter F-Taste durch die Gegend das hat jeder Stalker ja jeder Stalker im Leben gelernt aber ich glaube es ist hier so dass man Gegenstände nicht auf dem Boden sieht wenn sie da rumliegen gibt es hier Artefakte immerhin war es in Stalker Jed of Chernobyl so dass im Anfängerlager eine Qualle glaube ich lag oder ein Steinblut irgendwas in der Art dementsprechend haben wir vielleicht auch Glück aber ich steck's das mal Lampe an ein bisschen Mohn hier und da hier oben ein Skelett ja irgendwie ich weiß nicht haben die ein bisschen zu wenig Zeug versteckt und wir haben echt wenig Leben sag ich mal für unsere bevorstehende Auseinandersetzung na komm wir gehen nochmal weiter in den Westen ey Fleischi warte mal haben wir denn deine Kollegen eliminiert hier hier und dass das alles so schnell funktioniert nicht so im Vergleich zu Stalker Jed of Chernobyl hey mein Freund ja wir haben es verkrüppelt und jetzt haben wir es hier eliminiert dankeschön davon kaufe ich mir wieder eine neue Ladung 918er Pistolenmunition gut gibt es hier noch bei den Schornsteinen irgendwas ich hoffe ich laufe jetzt nicht irgendwie eine Anomalie ich spiele ja auch oft in höchsten Schwierigkeitsgrad deshalb haben mich wahrscheinlich die Anomalien da hinten gewandshotted ich habe ein bisschen aufgehorcht weil es hier sehr viele Mutanten gibt und sehr viele hässliche Gnome wie den Typen oh Gott haben wir einen Zahn von denen Kalikohr warum na gut die kleinen Viecher die brauchen sehr viel Wahrnehmung haben sehr viel Wahrnehmung in DND geskillt ich habe mich schon gefragt was soll an denen ach die Lampe flackert was soll an denen so besonders sein aber ja die haben wahrscheinlich gute Ohren ich hätte eher gedacht Augen aber Augen gibt es ja schon oh so kann man auch Kisten öffnen meine Freunde ab ins Toilettenhaus Hallöchen hier fehlt die Klärgrube die Güllegrube und hier muss es doch ein Artefakt geben oder ein Versteck da hinten ach ne das ist nur ein Zaun kein Kreuz ach stimmt hier war ja noch ein Kreuz ich müsste auch mal rausfinden ob die Verstecke wie in Call of Pripyat sind äh ja Call of Pripyat sind dass man wenn man eins gefunden ach ne wir haben ja schon mehrere reingeschaut und die waren leer weil wir da noch nicht Informationen dazu hatten ja so wird das wahrscheinlich sein hier sind sogar ach ne da das ist das Kreuz da scheinbar noch eins und dieser Brunnen und so ein paar leere Häuser das wird auch das letzte Gebiet sein was wir nicht nur in in der RMA sehen werden sondern auch hier in der RMA ja oder es ist einfach gar kein Versteck und ich habe mir umsonst die Mühe gemacht darüber zu erzählen ja die Generatoren das nördlichste Gebiet der ganzen Zone zusätzliches Gebiet was im Basisspiel nicht vorhanden war